Kaufstar präsentiert die Gourmet Max Vital Heißluft Fritteuse. Das ist modernes Frittieren von heute. Ein Löffel Öl genügt, um solche knackigen Pommes frittier zu stellen. Mit unserer Gourmet Max Vital Fritteuse. Normale Hähnchen in nur 20 Minuten schön knusprig gegrillt. Lecker. Mit unserer Gourmet Max Vital Fritteuse sparen auch Sie jetzt Zeit, Fett und Kalorien und gewinnen Sie ganz viel Genuss. Unsere Gourmet Max Vital Fritteuse gart Ihre Lieblingsspeisen nicht nur in deutlich kürzerer Zeit und mit weniger Energie als herkömmliche Geräte, sondern spart auch Öl und Fett. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Die Gourmet Max Vital Fritteuse ist ideal zum Backen, Braten, Grillen, Frittieren und Auftauen. Ihr Gemüse können Sie selbstverständlich ebenfalls mit der Gourmet Max Vital Fritteuse vitaminschonend garen. Dank des transparenten Deckels haben Sie immer alles im Überblick. Auch größere Mengen sind kein Problem, denn die Gourmet Max Vital Fritteuse hat diese integrierte Rührvorrichtung. Natürlich ist der gesamte Innenraum antihaftbeschichtet zur einfachen Reinigung. Die Bedienung ist kinderleicht durch das LCD-Display. Ganz einfach können Sie die Zeit mit der Timer-Funktion so einstellen, dass nach der Fertigstellung der Speise ein Signalton ertönt. Mit dem kompakten 9 Liter Garraum passt die Gourmet Max Vital Fritteuse auch in kleine Küchen. Auch unser TV-Küchen-Experte Peppi Rössler empfiehlt unsere Gourmet Max Vital Fritteuse. Gourmet Max Vital Fritteuse, der kompakte Heißluftofen mit Halogen Frittierfunktion. So sparen Sie Zeit und Energie, Kalorien und Fett und gewinnen ganz viel an Genuss. Hier erhältlich.